Nee, das glaub ich nicht. Wir müssen hier landen, wir sind zum Beispiel von Laurenz. Sensationell! Aber erst mal, weil wir uns auf Württel leben können. Aus Kreislaufen wird nämlich Suppe gekauft. Menschen fallen alle, schneiden die Württel fest. Aber der Konflikt wird sonst stürmen zurück ins Meer. Nein, auf keinen Fall! Es ist aber nicht nur Umsetzbar, die Müllwürttel zu schützen, sondern auch Feuern. Vergesst noch einen tollen Stammtag nicht, an euer Zeug und euren Müllwürttel zu bringen. Benutzt eine wiederverwendbare Tasche und werden verblasen müssen. Obwohl niemals genug, wie aus gebrochen oder wilden Tieren wieder gestellt wird. Hey Leute, es war mir ein Vergnügengericht an, bitte.